Hallo und herzlich Willkommen zu WoW Legion, ah ne Overwatch, fuck, hallo zu Overwatch, PTR immer noch. Das war ja lustig. Fuck you. Wow, hast du dir die Ankündigung aufgeschrieben? Ja, ja, ich hab die auch geübt vor dem Spiegel, nackt. Während ich an mir selber rumgespielt habe. Intensiv. Na, da ist ja nicht viel zu spielen, ne? Hast du ja schnell durchgespielt, ne? Ne, ich nehm auf, ich spiel nicht, Anna. Das geht voll in die Hose. Alter, spiel doch Anna. Anna, die ist lustig. Spiel wie du meinst. Ich bin auch voll schlecht halt mit dir. Ja, Alter, wir sind in allem schlecht im Grunde genommen. Gezettt. Wir spielen viel zu wenig Overwatch, dass wir sagen könnten, wir wären irgendwo gut. Eigentlich. Wir sind Durchschnitt in manchen Heroes. Aber, wow. Ist ja auch okay, aber, ne? Ne? You know, mate? Ja, lieber würde ich schon sagen, dass ich nicht nur nur, dass ich, dass ich da gut bin. Nicht super gut, aber gut. Aber ist der Einzige. Durchschnitt. Du bist Durchschnitt. Das ist auch ein Punkt. Fucking Durchschnittsburger, boy. Ich baller hier einfach mal drauf. Ich hoffe so, du kriegst den Hate, weil wir alle wegfahren, immer vor deinem Heel. Das heißt, ich mach hier einfach nur Linksblick und baller halt irgendwie in die Leute rein. Ja, richtig. Ich weiß nicht, wie du die immer spielst, aber heute hinter uns. Das wäre doch ungefähr so. Ich zoome auch relativ wenig. Jetzt wurde ich weggebratzt einfach. Hab mich aber weggebrezelt, ey. Man sieht richtig schön, wie er rüber springt. Dann einfach bzzzzz, seflord und dann bin ich tot. Ich hatte doch noch 40 Leben. Was spielst du eigentlich? May. May is May. Unser, unserer Reihard reinhat das Ding geben. May Cosplay gab es auch bisher noch. Das hab ich nicht gesehen. Okay. Oh fuck, oh fuck, I dead, I dead. Doch nicht? Okay, nice. Ich mach einfach hier. Einfach links klicke, drückt halt. Keine Ahnung. Reinwerfen und dann schießen. Die Granate ist hammering. Ah stimmt, ja, ja. Schau, das hab ich schon wieder vergessen. Die Granate ist für dein Selfiel auch, ne? Da mithielst du dich selber. Ah ja, stimmt, weil das ist ja so eine Top-Bolt gemacht. Ja, einfach auf den Boden werfen, unter dich. Summarita, summar. Fuck, ich hätte den Eisblock gehen müssen. Ja, sorry, Talik. Der hat Udi-Rate, der Make-3. Ja, ich hab hier. Der Affe kommt an und tötet mich. Kein Interessieres. GG Team, GG. Maybe you should stop the ape from killing your fucking healers. It would have. Salt. Ja, ist doch wahr. Salt. Zwei Mal schon. Salt. Der Salt is real. Ja. Was, bin ich jetzt gestorben, ey? War das die Ulti von dem gleich, oder was? Ja, 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 ja. That, that what happened to you. Fangen, da geh ich einmal rein, aber ich hab dem Reinhard unsere Adrenaline gegeben hier. Ja. Kokain, ey. Leider deadet er jetzt auch gerade. Alle deaden jetzt hier, du bist auch noch drauf. Wir sind nur uns halt zu dritt. Oh Gott, ich bin in die Falle dran. Nein, der Reinhard ist tot. Holy shit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, der Reinhard ist hier voll. Die sind alle ansit gegangen, man. Ich war der Einzige, der da nur noch war. Ripperino, man. Oh, wow. Sorry, ich wollte nicht nach dem Nigger. Oh, right. Oh, der Affe springt. Oh, jetzt haben sie ihn gleich rausgeholt, wie gesagt. Ich hab den Affen im Sprung betäubt. Er landet und dann schießen sie ihn direkt auf, ey. Ja, das ist sicher. Der Sleep-Pfeil ist für den Anus. Es sei denn, du hältst damit Ultis auf. Aber ansonsten, der wird eh immer ins und rausgeholt. Nein, er ist davor gesprungen, der hat's... Der fucking Monk ist vor den Reinhard gesprungen, als ich Kuh gemacht habe. Jetzt bin ich tot, ey. Durch die Granaten. Der fucking Monk, ey. Springt einfach dazwischen. Ja, dieses dazwischen gesprungen ist auch nervig teilweise, weil du dann so... Du erwischt wie ein Hammergut eigentlich, ne? Ja. Und auf einmal springt der ein Mate dazwischen oder so. Das ist... Ja. Das ist nicht gut, das für uns. Keiner derf, ich will mich in der Tür. Ach man, das erwischt nämlich das Gegenteil. Ich hab's niemal gesehen. Naja. Oh Gott, ey. Ich komm hier nicht mal on spot. Jetzt vielleicht noch. Ah, der... Ich bin noch on spot gekommen. Ich war noch on spot, aber der hat mich dem Kuh gemacht. Wenn die noch durchhaltet, bis ich da bin, kann ich nur multi-ready sein. Ja, doch. Aber wir haben eh, wenn ihr durch, wenn ihr den Overtime haltet, dann hätten wir gewonnen. Ja, momentan ist es halt genau gleich unentschieden. Ich komme. Ich bin tot, ey. Ich hab dem Typen meine Ulti noch gegeben, dann hab ich das seitlich hier gesegnet. Ich friere gerade Leute ein. Oh. Liebster hinter euch jetzt noch Tricks, Tricks, die kommt hinter dir. Ja. Ich muss jetzt einmal wieder nice blocken. Aber du hast es genau richtig gemacht. Reinhard ist jetzt auch wieder da. Der ist auch noch eingefroren. Da macht ihn doch tot, Lucio. Jetzt haben wir ihm Drops the Beat, ey. Ja. Futter vom Reinhard runtergehauen. Halt, er hat einfach gegen mich da und ich musste zurück. Wow. Shit, shit, shit. Ja. Ich frage mich, wo der Herr ist, wieder. Interessiert mich. Ja. Ja, muss ich schreiben so. Das ist für mich, interessiert mich, wo der Herr ist. Ich hoffe, er schreibt so hin. Wenn er sich nicht traut zu schreiben, sagt das schon viele über sein Land auch. Weiß ich nicht. Ich sag gerne, ich bin Deutscher. Ich bin jetzt... Pff, so okay. Weiß ich nicht. Ist das peinlich, Deutsch zu sein anscheinend, oder was? Für den. What the fuck? Das ist irgendeine tschechische Missgeburt oder irgendeine Müll. Wow. Ich komme an und habe nur halbe Leben. Ich habe ja den Affen, der mich einfach penetriert hat. Oh, fuck. Ich bin tot, der Affe. Ja, ich habe den Affen versucht einzufrieren. Der hüpft halt sofort weg, der fuck. Ich hatte den Affen sogar eingeschlepert noch vorhin da. Der lag da irgendwie nicht. Über 10 Kilometer, keine Ahnung. Oh, ich sollte einer spielen. Irgendwie läuft es nicht, wenn ich es nicht spiele. Ja, dann spiele sie nicht. Ich sage nur, sie ist trotzdem hammergeiler, Champ. Ich habe nur das Gefühl, dass es halt nicht läuft. Ja, es läuft allgemein gerade nicht. Das ist das Problem. Ja. Der Affe ist runtergesprungen. Mit Ulti. Wow, Mann. Ach, keine Ahnung, was hier alles explodiert wieder. Wie soll es euch denn da machen? Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe ihn mit seinem Stirb, Stirb, Stirb mit meiner Eiswand komplett aufgehalten, glaube ich. Oh, ey. Ja, und Rainer charges er wieder alleine rein, oder wie? Ja. Ich habe Ulti ready, keine Ahnung. Hier kommt gerade Ulti. Ja. Wow. Fuck. Ich gehe von links rein. Links ist er auch. Oh, er läuft einfach los, ohne dass ich das machen kann. Jetzt ist er tot, und was macht man Ulti jetzt gar nichts? Fuck, Lukas. Mach was. Oh Gott. Jetzt hat Alex May Ulti. Ja, wenn alle anderen sterben. Ich habe drei Leute getötet. Ich habe drei Leute getötet. Ja, keine Ahnung. Der Rainer hat Charged hat da rein, die geisteskranker Pimmel-Fucker. Keine Ahnung. Ich habe noch wen getötet. Wir haben den Spot. Das war gar nicht so scheiße, Mann. Ich wollte die Ulti, ich habe die Ulti abmachen. Vielen Dank für die Ulti. Das war doch gar nicht so kacke. Ich habe mich nur erschrocken. Oh. Holi, Makaroli. Ja. War ihr ulti? Wer hat geultet? What the fuck? Ich nicht. Ich habe auf dich geultet. Reaper, Reaper kommt von hinten. Reaper portet über uns rechts. Der ist bei uns irgendwo. Der ist da vorne bei dem anderen. Ja, keine Ahnung. Da kamen da noch Leute raus. Der Tod. Er hat der Hit. Ich habe zwei Leute wieder getötet. Fuck mal. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Monkey onside. Monkey onside. Monkey eingefroren ist tot. Alles gut. Ich habe ihn getötet. Okay, die sammeln sich wieder. Affe hier hinten. Ich habe irgendeinen Ulti für mir gegeben. Und zwar einfach noch einen Full. Ja, ist auch gut so. Das zu dem da. Ich bin tot. Die, die, die. Ja, ich bin auch tot. Die sind glaube ich an allen Ultis glaube ich oder so rauf. Wow. Diese berühmte 99% Scheiße. Ru, raten, ne? Achtung, achtung, rat. Ja. 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 Keine Ahnung. Ich bin ja nur noch am, am links klicken und versuchen euch irgendwie. Reinhardt. Go. Get in there. Ja. Keine Ahnung. Deine Ulti, seine Ulti, meine Ulti war drauf. Rebound side. Mach mich halt geil. Es hat nur dich gejuckt. Keine Ahnung, ne? Uuuh. Was hat mich gejuckt? Ich habe einfach nur gehealt und... Na du, nur dich hat gejuckt? Was denn jetzt? Was? Wir haben gewonnen. Mein Spiel ist verwirrt. Loll. Hallo, schwarz am schwarz. What the fuck? Jetzt geht's weiter. Na, es hat nur dich gejuckt, dass der Rebounder gekommen ist. Du hast ihn sofort schon abfeilen und bla bla bla, ne? Hatte ich ihn erwischt? Ich weiß gar nicht. Ich habe es nur irgendwie aber ganz kurz... Ja, ja, ja. Toll. Es war mehr so reflexartig. Ich habe das gar nicht so aktiv mitbekommen. Es war... Ich stand nur noch so da, Lukas. Überall. Überall waren es. Ich habe noch... So ging es die ganze Zeit ab. Keine Ahnung. Das war so krass. Ich fühle mich halt wie so ein Maschinengewehr. Der heilt halt. Keine Ahnung. Das Schussrad ist doch recht schnell eigentlich dann. Guck der Spellung. Guck. Anarkie oder was? Nein, das da. Ich sehe es nicht. Warte mal. Das! Ach, da. Mal mehr. Das habe ich auch. Meine Güte. Monkey da schon? Oh, die sind schon alle. Oh, aua, 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 aua. Ach, du heilige Macaroni, ey. Aua, aua, aua. Kriege ich hier gleich irgendwo? Ja. Habe ich schon. Okay, passen. WTF? 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 Ich habe ich eingefroren und es juckt keinen. Sorry, du bist hinter der Wand. Ich wollte ihn noch heilen und du warst hinter der Wand gerade von meiner Position aus. Ich habe ihn eingefroren mit Ulti und dann juckt einfach keiner. Dann kommt es in Yadda Ulch von denen. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Haha. Ich mache halt überhaupt kein Damage mit Anna irgendwie. Ich komme nie dazu, weil die alle so viel Schaden kriegen. Ich weiß nicht, ob wie das bei dir immer ist. Oh, ist okay. Ich... Wir müssen rauf. Wir haben einen down. Wart ist down. Ja. Wollen wir die Heal? Danke. Gerne. Ich habe das Gefühl, das brauchen hier alle Dauerfühle halt leider. Aber da hast du ja den Rotog schon gedacht. Abgelungen, Achtung. Wow, die kommen ja gar nicht on-spot. Die kommen jetzt. Jetzt bin ich tot. Keine Ahnung. Die waren da alle an der Seite auch irgendwie. Ich war der letzte On-Spot gerade dann. Na ja. Da ist der Soldier halt getötet. Fuuuuck. I did it. Mh... Na, was? Der hat 300 Selfie nur gemacht? Oder was? Der Sey-Typ. Wir werden dreieinhalb Pre-Made. Auch hinter mir ist die May. Jetzt hat sie mich. Nein! Lol, 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 lol. Ich muss hier weg. Och. Wir müssen auszeiten, ne? Ich komme. Ich habe irgendwem das Ulti-Ding von mir gegeben. Aber die waren alle auf einen Punkt. Keine Ahnung. Ich bin eingefroren. Was bringt... Ich war tot. Sie hat mich halt auch geholt dann. Das war halt die May, die wir nicht getötet. Die ich da wieder jetzt noch die Ulti machen konnte. Ja. Jetzt haben sie alles getötet. Jetzt haben sie den Spot wieder. Noch haben sie das Wort nicht. Ja. Und sie verlieren die noch grad wieder? Also das, was sie eingeholt haben. Die müssen einfach uns halt gehen. What the fuck is happening here? Ja. Keine Ahnung. So viel Schaden. Ja. Sides halt danach und so. Ich habe keine Ahnung. Was man da machen soll. Ja. Haha. Ich hatte dem... dem Lucio meine Ulti vorhin gegeben. Ihr wartet alle in der Zenyatta. Und ich so. Tju. Er so. Yes. Nice. Danke. Danke Obama. Danke Anna. Anna noch eine Runde? What the fuck? Ja bis drei. Bis doch. Boah best of five oder was das? Jaja. Boah. Ich glaube ich nehme jetzt mal Zenyatta. Ich glaube die Ulti ist hier besser. Die läuft hier besser. Bei diesen engen Dingern. Mit Ulti dann. Ja. Tja. Das habe ich mit ihm eigentlich gesprachen. Keine Ahnung. Ja sehen wir dann. Wo bist denn du? In dem Punkt da drin. Egal. Hab ich dich erwischt? Ja. Dann werden wir mal hier. Mankie Feury. Ja ich fließe ihn da ein. Juckt auch wieder kein. Ungefähr war da gefriest. Interessiert. Ich schieße gerade einfach irgendwo hin. Oh. 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 Ja. Der Reaper macht mich halt. Der ist einfach über die Wand. Ne, ist vorbei, Entloch. Ja, ja, alle tot. Ja. Okay, wir haben den Affen. Okay, du ulti ready. Ich noch nicht. Jetzt ulti ready. Jetzt haben wir mal unzeit drin damit. Ja, ja, der hat auch ulti gemacht, der Gegner. Äh, der Hammer-Typ. Alter, was hat mich da jetzt erwischt, ey. Der Gegnerische Zendierter, oder wie? Ach, der hat die Zendierter auch. Äh, äh. Ich bin so schlecht mit Zendierter, was Damage angeht. Manchmal. Alles nutzt uns einfach rum, na, oh. Ja, ja. Ja. Dann können wir nochmal warten, ne? Ja. Ja. Oh, wow. Hasste Junkrat. Mit seinem Scheiß rumgespämmern und rumgelacken mit seinen Kugeln. Ja. Was war das für ne Abkühlung? Hab ich die jetzt aufgehalten? Offside? Ja. Geht jetzt mal onside mal hier, oder? Hallo, wir müssen onside. Onside, Affe. Nicht söhn, nicht. What? Oh fuck. Okay. Wie er rumhüft, ist echt nicht normal manchmal. So. Ich bin so schlecht mit Zendierter, aber irgendwie funktioniert's. Trauer. Es ist aber viel zu weit vorne, ne? Ich hab nur einmal rausgepeakten und dann haben wir alle vergewaltigt. Oh unser Typ bleibt auch noch stehen hier. Ja er ist AFK, go win, schreib doch. Can't carry this German scum. Ist er, das ist ein schwuler. Er schreibt nur hack for this game. Alter. Na. GG. Ich hab jetzt gesehen wie sehr ich mit Anna und mit Zendetta richtig schlecht bin. Glaub ich die beiden Healer die ich am wenigsten gespielt habe. Nächstes im Spiel vielleicht etwas was ich kann. Aber nur vielleicht. Oh man, der Hate is real. Naja, dann beende ich die Aufnahme mal. Müsst ihr den Shatter nicht nur mitverfolgen hier was hier abgeht. Das ist zu peinlich. Bis dann. Und dann. Und dann.